Ich habe eine sehr große Auffassung von Üblichkeiten und in der türkischen Bereich. Die Gäste essen werden sich selber, aber die Gäste werden von den Servicemitarbeitern vergeben. Aber von 12.30 bis 14.30 Uhr, ja. Damit die Gäste einfach nicht vom Strand oder vom Pool extra hinaufgehen müssen, weil ich weiß, im Urlaub will man sich nicht zu viel anstrengen. Deswegen einfach so kurz was rüberziehen oder ein Handtuch, ein Badetuch und einfach hier ganz gemütlich essen. Oder Sie können noch ganz viel vorbeikommen, nur sich was zum Trinken holen und dort wieder rausgehen. Wenn wir am Abend auch essen? Wenn wir am Abend auch essen gehen. Nur beim Frühstück werden Sie selber...